Yo Leute und was geht? Heute gibt es ein Video zur sogenannten Cuff Box in Age of Empires 3. Ich glaube jeder von euch hat die einfach schon mal gesehen, diese bekannte Operat Chinik Box von den Russen, die einfach durch eure Base durchmarschieren und einfach nur Schutt und Asche hinterlassen. Die zerstören eure Base so schnell. Aber wie genau macht man denn jetzt diese Cuff Box? Und für welche Situation sind die am besten geeignet? Das erklärt euch jetzt mal der Tamio. Also Leute, damit das Ganze funktioniert, müssen wir den Shit überhaupt erstmal anstellen. Und das macht ihr, indem ihr auf Optionen geht, dann auf UI Optionen und dort wählt ihr den Punkt Erweiterte Formationen anzeigen aus. Wenn wir jetzt auf eine Einheit klicken, sehen wir 4 bis 5, manchmal auch 6 verschiedene Formationen, die man auswählen kann. Kommt drauf an, welche Einheit ihr habt. So eine Box könnt ihr theoretisch mit jeder Kavallerie machen. Dafür wählt ihr jetzt einfach mal Nahkampf-Kavallerie aus und geht auf den Verteidigungsmodus. Jetzt macht eure Kaff so ein riesiges Quadrat. Wir wollen aber alle Kaff-Einheiten so komprimiert, wie es geht, zusammen haben. Dafür brauchen wir jetzt einfach eine leichte Kavallerie. Also zum Beispiel ein Dragona, ein Rüter, whatever. Diese eine Einheit packen wir jetzt in den Verteidigungsmodus und wenn wir jetzt alle Einheiten auswählen und irgendwo hinschicken, formen die sich zu diesem komprimierten Viereck zusammen. Zu dieser kleinen Box. Wenn der Dragona aber weggesnipet wird, löst sich diese Box wieder auf und eure Nahkampf-Kav macht wieder dieses riesige Viereck. Dann sollten wir am besten wieder in den normalen Modus wechseln. Dieses komprimierte Viereck, auch Kaffbox genannt, hat halt diesen fetten Vorteil, dass wir leicht durch die gegnerische Base kommen und wir können alle Kavallerie-Einheiten auf ein Gebäude gleichzeitig schicken, ohne dass die erstmal sich drumherum platzieren müssen und dann halt erst anfangen, das Gebäude zu zerstören. Sondern die können halt wirklich in dieser Formation anfangen, ein Gebäude zu zerstören. Alles klar Leute, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal in der Praxis an und was ich nochmal sagen wollte, diese Kaffbox lohnt sich eigentlich wirklich nur mit den Kürasseen von den Franzosen oder mit den Operatik von den Russen halt, weil alle anderen Kaff-Einheiten machen eigentlich nicht wirklich krassen Schaden gegen Gebäude. Klar, man könnte es jetzt auch mit Husan oder Ulan oder so machen, aber sie machen halt einfach nicht diesen Schaden, den man braucht gegen Gebäude. Und ja, genau, also wie gesagt hier, wir machen hier die Nahkampf-Kavallerie, jetzt machen wir mal einfach so 20 Kürassee, wir packen die schon mal in den Verteidigungsmodus, dann kommt jetzt hier ein Dragoner hinzu, der kommt auch im Verteidigungsmodus. Wir wählen alle aus und schicken sie los und jetzt sind sie halt in dieser Box, die wir haben wollten und jetzt schauen wir einfach mal, was wir beim Gegner so kaputt machen können. Was wir natürlich nicht machen sollten ist jetzt, dass wir sozusagen hier ein Gebäude haben, wir klicken es jetzt an, sondern dann fängt sich an die Kaff, um das Gebäude zu verteilen, wie man sehen kann und greift nicht gleichzeitig an, was kacke ist, sondern wir gehen jetzt wieder zurück in die Kaffbox, sondern wir laufen sozusagen an das Gebäude richtig nah ran. Man kann auch ein bisschen hinterklicken und jetzt klicken wir aufs Gebäude, also auf Angreifen und alle unsere Einheiten werfen auf einmal sozusagen ihre Fackeln auf das Gebäude und diese Kacksamurais lassen mich nicht in Ruhe, das nervt gerade ein bisschen. Aber wie gesagt, hier also sozusagen vor das Gebäude laufen, zack und jetzt greifen wir an, wenn wir nah genug dran sind, also sozusagen in das Gebäude schon ein bisschen reinlaufen und so lassen wir sozusagen alle Einheiten auf einmal angreifen und ja, das ist auch nochmal ganz wichtig. So eine Kaffbox sollte man nur machen, wenn man gezielte Gebäude zerstören möchte, wie zum Beispiel Fabriken oder Wunder. Wenn ihr jetzt gegen Einheiten kämpft, dann bleibt lieber im normalen Modus. Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen und ihr werdet in eurer Gegner in Zukunft auch mit so einer Kaffbox nerven und ja, probiert es einfach mal aus. Bis dann Leute, macht's besser, haut rein und bis zum nächsten Mal.